Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer zur neuesten Ausgabe des GEWI-Magazin. Das Stadtfest in diesem Jahr ist nun auch bereits vorbei und die GEWI, die Gebäudewirtschaft Eisenhüttenstadt, hatte sich ja etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Aber dazu später. Dass sich der Hütte Beach grundlegend verändert hat, das haben wir bereits in der letzten Ausgabe gezeigt. Nun stand nach der großen Sanierung das erste Sport-Event an, das Volleyball-Turnier der beiden kommunalen Unternehmen Stadtwerke und der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft. Zum Turnier haben sich zahlreiche Mannschaften gemeldet und diese konnten bei schönstem Sonnenschein um den Sieg kämpfen. Auch unsere Kati hat sich wieder um eine schöne moderne Mitwohnung gekümmert und stellt diese dann hier in unserer Sendung vor. Natürlich lassen wir sie zum Thema LUNIK nicht unwissend, denn neben der tollen Veranstaltung zum Stadtfest gab es auch wieder das LUNIK-Gespräch und die erste Caférunde in besondere Umgebung. Die Idee der GEWI das alte LUNIK-Café zum Stadtfest zu öffnen war ein großer Erfolg. Bereits am Stadtfest-Samstag standen die Besucher eine Stunde vor Eröffnungsschlange. Im Vorfeld wurde richtig Hand angelegt. Sogar die Bretter an den Fenstern wurden entfernt und defekte Scheiben ausgetauscht. Die Mitarbeiter der GEWI schlüpften für drei Stunden in neue Jobs wie Serviererin, Einlasser und Kassierer. Zuvor wurden die Torten und Kuchen gebacken und reichlich Kaffee gekocht. Man hatte ja auch keine funktionierende Küche zur Hand und so wurde reichlich improvisiert und das aber sehr professionell. Die Besucher, die hier vor vielleicht vor 40 Jahren den letzten Besuch im LUNIK-Café hatten, waren begeistert. Immer wieder hörte man den Wunsch, das zu wiederholen. Das Interesse am LUNIK ist sehr hoch, das sah man auch beim zweiten LUNIK-Gespräch einige Tage später. Eingeladen hatte Oliver Funke, der Geschäftsführer der GEWI, zwei Urgesteine des ehemaligen Hotel LUNIK, den damaligen Hoteldirektor Dieter Rufenach und den Barchef Krinke, genannt Hugo. Sie sprachen über die alte Zeit und die Neugier der Besucher war groß, immer wieder wurde nachgefragt. Warum waren damals oft Plätze im Restaurant frei, obwohl die Warteschlange groß war, wann hatte der Wintershop eröffnet und wie viel Trinkgeld hatte man damals in der Bar verdient. Beide Gäste gaben darüber gern Auskunft. Wir hatten eigentlich viel Ärger hier immer dann vorne mit dem Einlass, wer rein kann. Ich musste ja sehen, wenn es Hotel voll war, hatte ich ja schon 100 Hotelgäste. Die musste ich ja auch Plätze lassen. Dann hatten wir täglich mit dem Reisebüro gebunden eine SU-Gruppe. Täglich. Die kamen meistens so ab 22 Uhr, nicht? Du kennst es ja noch. Und da musste ich die Plätze lassen. Und draußen standen und sagten, da sind doch Plätze, warum lasst das? Das war, die wollten alle rein, aber wir mussten auch mit den Hotelgästen immer rechnen. Das Buch hier, das ich mal zeigen will. Genosse Barmixer. Das war der erste Barmixer. Das war der erste Barmixer, der hier die Bar öffnet. Der beschreibt da drin auch, dass er hochgerufen wurde. Er ist hochgegangen, weil so eine Gruppe in die Jeans reinkam und die hat sie reingelassen oben. Und er ist dann hochgegangen, hier Grotka hieß er ja. Und ich wollte sagen, und da hat ihn da jemand angesprochen, Genosse Barmixer. Das sind Gäste aus der BRD und die gehören zu uns. Die gehen runter in die Bar und dann musst du sie auch reinlassen. So langsam entwickelt sich der Lunik zu einer Kulturstätte in Eisenhüttenstadt und man darf gespannt sein, wie es weitergehen wird, denn für das neue Konzept des Hauses wird Zeit benötigt. Zwei bis drei Jahre werden sicher noch ins Land gehen, bis klar ist, was das Lunik mal werden soll. Doch kommen wir zurück zum sportlichen Teil. Beim Hütte Beach gab es das erste Volleyballturnier nach der umfangreichen Sanierung der Anlage. Dieser Sandplatz ist in die Jahre gekommen und hat viel miterlebt und musste, wenn es hier wieder sportliche Events geben soll, saniert werden. Der Untergrund und der Sand mussten dringend erneuert werden. Die Begrenzung der Anlage war auch in die Jahre gekommen und so wurden auch die Seitennetze erneuert. Zukünftig sollten nicht nur Volleyballplätze entstehen, sondern auch ein Beach-Fußball-Tennisplatz. Dafür wurden dann auch zwei Sandschichten eingebracht, die mit einer wasserdurchlässigen Folie getrennt wurden. Die obere bespielbare Sandschicht hat eine besondere Kornqualität für die Sicherheit der Spieler. Die Materialbeschaffung spielte auch bei dieser Sanierung eine Rolle und so konnte das erste Volleyballturnier erst Anfang September stattfinden. Doch die Mühe und der Zeitaufwand haben sich gelohnt. Oliver Funke hat viel private Zeit aufgewendet, um die Sanierung bis Anfang September zu schaffen. Aber Mühe und Nerven hat es wirklich gekostet, um herzukommen. Aber wie ist es im Leben, wenn es dann fertig ist, dann ist alles wieder vergessen. Alle Mühen, die man dann hatte, sind dann wieder vergessen und dann geht es voran. 14 Mannschaften hatten sich gemeldet und so konnte mit Unterstützung des VSB-Offensiv das Turnier mit großer Beteiligung starten. Gespielt wurden auf drei Feldern und unter genau Kontrolle der jungen Spieler des VSB-Offensiv. Zudem gab es bei dem sonnenreichen Turniertag reichlich Schatten zur Erholung und wie immer eine sehr gute Versorgung mit kühlen Getränken und auch reichlich für den Magen. Alles in allem war es nicht nur ein Sportevent, sondern auch ein Tag der ganzen Familie. Gewonnen hat die Mannschaft der Inselgaststätte, auf Platz 2 der TAZV und Platz 3 ging an das Krankenhaus. Die Mannschaft der GEWI gemeinsam mit der OID haben auch mitgespielt. Leider war die Platzierung nicht ganz nach dem Wunsch der Gastgeber. Letztendlich war es ein gelungenes Sportevent. Sie wundern sich sicherlich, warum wir heute auf einem Spielplatz gelandet sind. Aber das hat natürlich einen Hintergrund und zwar zeige ich Ihnen heute eine familiengerechte Vierraumwohnung, die sich direkt dort drüben befindet. Kommen Sie einfach mit! Da sind wir auch schon. Wir befinden uns hier in der Lindalee 43, müssen einmal ins dritte Obergeschoss, aber versprochen, es lohnt sich. Und schon sind wir da in der Vierraumwohnung, die ist aufgeteilt auf 87 Quadratmeter und hat gleich mehrere Highlights. Und zwar ist das Badezimmer mit einer Badewanne und einer Dusche ausgestattet. Und hier befinden sich auch zwei Balkone. Aber schauen Sie selbst. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Wohnung hat Ihnen gefallen. Falls Interesse besteht, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns schon darauf. Nach dieser schönen Wohnungsbesichtigung mit Katharina schauen wir mal zum Abriss der maroden Bettenhäuser im Stadthafenweg. Wir zeigen nochmal, wie es bei den Bettenhäusern im 6. WK aussieht. Das Bettenhaus am Kanal ist ja seit einiger Zeit schon abgerissen. Der Abriss des Hauses an der Cottbusser Straße war nicht ganz so einfach wie gedacht. Hier ein Überflug im Juli. Und dann im August. Nach und nach verschwand der Schandfleck und wurde auch entsorgt. Bis hier nichts mehr an die Ruinen erinnert wird aber noch einige Zeit vergehen, denn die Bodenplatten der Bettenhäuser haben enorme Ausmaße, sind bis zu einem Meter aus Beton und Bewährung. Aber die Ansicht im Stadthafenweg hat sich schon deutlich verbessert. Das war die September-Ausgabe des GEWI Magazins. Wir wünschen Ihnen noch schöne Spätsommertage bis zur nächsten Sendung. Ihre GEWI Tschüss Wir wünschen Ihnen noch keine Spätsommertage bis zur nächsten Sendung. Wir wünschen Ihnen noch keine Spätsommertage bis zur nächsten Sendung. Wir wünschen Ihnen noch keine Spätsommertage bis zur nächsten Sendung. Wir wünschen Ihnen noch keine Spätsommertage bis zur nächsten Sendung. Wir wünschen Ihnen noch keine Spätsommertage bis zur nächsten Sendung.